Hallo und Willkommen zurück zu Hexed mit Philo Und deine Ah Yo Ah WTF Geh weg Soll ich nach oben kommen und dir helfen? Ähm Okay dann nicht Wow ich Die Teile die du hier runter werfst die ganze Zeit Ich werfe gar nicht runter Natürlich da kommen die ganze Zeit irgendwelche Teile runter geflogen Ich bin auch hier Au Ich spring da dann immer runter Wir sind schlau Ach du Dennis Monster Stell mal ne Werkbank auf Ich hab keine Ich mach eine Wieviel Dias hast du noch? Fünf Jo gib mir die mal ich hab einen dann kann ich mir auch nen Giant Sword machen Hier Ich leg die oben in ne Crafting Table rein Kannste es sehen? Das ist witzig nein kann ich nicht 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 Okay So Ich fahr jetzt schon mal hier gegen die ganzen Monster Kommt rum da hier Hurensohle Okay dann nicht Ich brauche ein Hurensohle Gib mir mal ein Holz Okay Moment Hierzu zwei Holz Die sind mir voll ins Gesicht gesprungen Oh ja Oh ja danke Ja Hm Yo Thema Ja Wollen wir den Witz machen? Hier im Dungeon Wir können auch erst den Dungeon fertig machen Ja das ist den Dungeon fertig machen Ey Ich mach hier alles Borna kaputt gerade Okay Okay Ich mach alles andere kaputt Okay Meins Oh Oh von hinten von hinten von hinten von hinten von hinten Ihr Isab Der Abinkling Ich bin eh runtergefallen Du hast also Der Ab Shape Da ist dann irgendwie tausend Spinnen drin adi von hinten und noch tausend Spinnen drennen Oh Junge Oh Junge Oh Dännis Ich liebe nun ja heftiger Scheißer und es steht ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich lebe ich bin unten ich bin noch unten das ist der Kiste aus auch kein Mensch das das gleiche Tränen schon und dann ist ich sterbe wird runtergefallen und ab und kommen alle runter und das ist auch noch im Weg er ich glaub's nicht zur nächsten Folge mach ich pvp aus es stimmt das wäre mal das wird machen mit Prozent keine Ahnung wie du befehler könnte ich aber oder das interessante Sachen genau du drehst dich um und auf einmal fällt da so ein Vieh runter das ist doch jetzt schon Spawn abzubauen was ich bin ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot tot ich kann noch ein Herz alter tot ja du kannst auch man what the fuck wie viele sind hier man kann doch was hat geleckt ich bin tot man kann auch mit Rechtsklick äh coole Sachen machen ja ich werde verteidigen kannst du mich tot ja ich hab mal dein Giant Sword dennis ja ja was ja komm wieder her doch vielleicht noch mal es ist aber vielleicht oder noch mal ich bin ich halb so eine Lüge ich bin auf dem Weg das wurde sich in dieses Jahr entscheidend m der Kurskurs die Taktik machen und von hinten hochbohren die aber die Thronen looten erhebten und für den Voraussch Pinguin Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, weil ich den Battle Tower, jetzt seh ich den Battle Tower. Soll ich einfach hochlaufen? Äh, ja. Ich sag einfach einfach hoch. Halt die Fresse. Oh, juhu, schau mal. Ich sag, meine einzige Rüstung ist ein scheiß Helm. Wow. Go, jetzt verfolgt mich. Das war mein Helm. Helm mir mal gerade so ein. Nein, den hab ich aus ner Droge. Natürlich. Eijaja. Muss mein Helm hier auch noch irgendwo sein. Möglich ist es. Helm mir mal, ich hab kein Schwert. Ich glaub, ich bin gleich schon wieder tot. Oh, dann ist es zu helfen ja überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Oh, stress doch mal nicht so rum. Ich hab kein Schwert, Junge. Heul doch. Du hast ein Schwert. Jetzt kriegst du mir das Gebrauchte. Ich mag keine gebrochenen Dinger. Wir sind beide gleich gebraucht. Das sind sie nicht. Oh, sei doch mal keine Tussi. Just gay. Ich bin Tussi so oft ich will. Nein. Natürlich, halt deine Fris hier jetzt. Du stößt ganz schön gerade, weißt du das? Du auch. Meinst du nicht. Du ex ganz schön an. Was tue ich? Du ex an. Okay. Ich bin ja egal, ich kann ja gebrochen essen. Ich muss mal ganz kurz runterspringen. Mein Helm, der da liegt, den du ja wahrscheinlich hast. Ich hab einen Zombie-Kopf. Ach Gott. Guck, ich biege meinen Helm nicht. Sag doch, du hast meinen Helm. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wenn du mal warten könntest, würde ich dir auch helfen. Aber nein. Der feine Herr. Bursch mal die Spawn ab. Oh. Nein, das geht nicht. Ich mach den Spawn. Oh, mach du. Oh. Darfst du legen jetzt. So, geh tot. So. Den Spawn auch noch abbauen. So. Alles klar. Ja, Hauptsache alles rauslooten, ja. Ich mach die ganze Zeit. Ja, schnell bevor die Monster kommen. Tschö, da war nichts Wichtiges drin außer drei Diamanten. Das ist ja nichts Wichtiges. Du hast gesagt, nichts Wichtiges außer drei Diamanten. Hab zu. Oh, fuck. Ach, du Heiliger. Wir kleben den einfach mal richtig. Der ist ja gleich down. Ja, echt so. Rushi. Oh, schnell nach oben. Schnell nach oben. Ja, mach. Die Truhe ist weg. Fuck. Der hat die Truhe einfach mal zerstört. Ich habe einfach alles eingetragen, was da noch drin war. Beziehungsweise rumlag. Ist da noch irgendwas Wichtiges? Oh, shit. Dennis, nein. Du hast mich weggesprengt. Wieso ich? Ich habe gar nichts getan. Es stand da. Steht da. Oh, shit. Komm, teleportier, teleportier die schnell zu mir. Oh, shit. Nee. Tu's nicht. Tu's nicht. Ich muss auf den Traum runterlaufen, Alter. Hier unten liegen noch ein paar Sachen von dir. Ja, so kurz. Oh, ich, Junge. Einfach schon wieder. Hey, wir sind schon wieder wegen mir. Kann ja, 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 ja. Hast du meine Sachen? Alter. Oh, warte, ich glaube, ich habe ein paar was auf. Ich bin mir nicht sicher. Das kann gut angehen. Oh, Junge. Einfach wieder mein geiles Schwert. Also, jetzt führe ich mich schon wieder wie alt. Also, wie im ersten Let's Play. Wie alt. Warte doch mal. Lass doch mal stehen jetzt. Leute, das ist auf jeden Fall für die Mannschaft. Was du jetzt hört, oder? Ich habe noch mein Giant-Bot, aber deins habe ich nicht aufgesammelt. Scheiße. Das kann ich... Ich habe überhaupt was von dir aufgesammelt auf seinen Bogen. Kann ja sein, dass es hier oben noch liegt, weil hier liegen zum Beispiel noch Enderperlen. Und ich bin zu dumm zum Springen. Nein, geh weg. Ich will nur gucken, hey, chill mal. Oh, super Enderperlen. Ja, ich schreibe dich mit der Karotte des Todes kaputt. Ich habe zwei goldene Karotten. Hier oben geht nichts mehr. Komm mal her, dann kannst du ein, zwei... Was? Ist das ein Roofblade? Ne. Ich muss mal kurz gucken, wie viel Schaden. Okay, das macht... Aua! Ah, der Pinguin hat mich angehessen. Acht. Hm... Jo, einfach so die Schlucht. Ey, 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 Vilo. Dennis... Du... Du verleikst. Gib mir mal deine Spitzhacke, bitte. Moment, chill doch mal. Au. Ich verteid. Oh nein! Ich wollte gucken, wie viel Schaden die machen. Lass doch mal bitte kurz. Gib mir das Giant Zone. Acht Schaden macht das. Sieben. Das macht sieben. Und das Giant macht... Jetzt gib mir das... Besser sehen. Du kriegst das... Du kriegst das Wolf's Blade. Ja. Ist mir doch egal. Hauptsache, ich krieg... Deine Spitzhacke. Ich will da unten die Diamanten holen. Ich will die Diamanten holen. Aua. Hass, wie sieht alles aus? Deutet. Unwichtig. Gib mir jetzt ein... Deine Spitzhacke. Mach dir noch eine. Womit denn? Achso. Von der Werkbank? Achso. Ich sage Hure, Tum. Ich habe auch... Ich sage Hure, Tum. Du legst. Ja, ich habe einen Rekordtest. Ich spürt wieder. Der zackt wieder. Nein, der heißt Sascha. Sascha. Ich weiß Sascha. Ey, mein Bruder, der ist Sascha. Ey, yo. Wie bist du da runtergesprungen, eine Chance bekommen? Ich habe Enderperlen. Achso. Alter, hier ist... Cobblestone. Ey, yo. Komm runter. Yo, ich bin unterwegs. Ja, ey. Oh, ich bin direkt da drin gelandet. Dennis! Oh, da ist noch einer. Die kommen da... Die kommen aus dem Bildtummel. Nein, das ist der Tür hinter, du Idiot. Was? Das ist der Tür hinter. Alter. Ich bin immer mit drauf gelandet. Ja, ich gehe jetzt wahrscheinlich auch drauf. Nicht, wenn ich mir noch vor zu dir teleportieren kann. Oh, Alter. Mit einem halben Herz habe ich es gerade noch so geschafft. Wenn ich mein Schwert aufsammeln kann, dann kann ich dir helfen. Alter. Ich kann mal ein Giants fortnehmen. Oh, Junge. Ich kann mich gleich ein, Alter. Guck jetzt mal, wie was drin ist. Essen, essen, essen. Essen, 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 essen. Es ist gut, lass es nicht liegen. Ich wollte nur gucken, ob was überall drin ist, Mann. Chill mal. Bitte. Oh. Ich weiß nicht, wie ich mir gerade fast in die Hose gekackt habe. Mach das Bild mal weg. Ich stand, nein. Warte mal. Guck mal, hier, ich stand hier hinten in der Ecke. Die ganze Zeit geballert mit einem halben Herz gerade noch so. Scheiße. Oh. Dennis! Danke. Du hast dich direkt vor mir teleportiert. Das ist das letzte Mal, dass wir teleportieren. Das ist echt oft. Oh, shit, das ist ein Spawner. Ich habe meine Spielzeige gerade nicht einsatzbereit. Hast du meine Spielzeige aufgesammelt? Ja. Ja, kannst du mir rüberwerfen, wäre nett. Danke. So, jetzt kann ich sie in die Hose. Okay, du gehst vor. Hast du Rüstung? Ja, wo bist du? Wo soll ich noch so rein nehmen? Ach so, ne, hast du nicht. Gut, YOLO! Oh, das Eisenrüstung. Warte, lass uns den kurz an der Tür hier platt machen. Ich glaube, hier kurz an der Tür stehen. Grab du dich mal rum! Bau dich mal durch die Wand, während ich hier die Typen hier an der Tür fertig mache. Achtung! Ich glaube, das Skelett wird auf dich aufmerksam. Ja. Leck, 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 leck. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Das Spawner da umguck gemacht. Starts auf dich, oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Gut, dass die Tür zu ist, lass die zu. Oh, Mann. Der ist wie offen, der macht sich selber auf. Der traut sich was. Der traut sich was. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Der ist bis zu dem, der ist für mich, ich bin dran. Na, 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 na. Sei das Rübling, deine Sachen, da drüben, da drüben, da drüben. Oh, shit. Ja, Alter, ich brenne. Was? Was ist da los? Du, danke. Ich, 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 sterben. Ich, ja. Ich, sterben. Ich will sterben. Ich will sterben. Ich lebe, ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Oh, ich bin tot. Ich auch. Oh, Vilo. Ich muss so eine Sache holen, ich muss so eine Sache holen. Hä, das finden keine Sachen. Fuck, sind meine Sachen verbrannt oder hast du sie aufgesammelt? Ich hab ein paar Sachen aufgesammelt. Oh, meinen Giant Sword hast du, ja. Nee, ich hab meinen Giant Sword. Hä, du hast keinen. Hä, ich hab mir eben eins gemacht, guck in die auf. Hä, aber wo ist mein Schwert und meine ganzen anderen Sachen? Also, das Einzige, was ich habe, sind die ganzen Tische und sowas. Meine ganzen Sachen sind weg. Ich kann dir Diamanten geben, damit du dir noch ein kleines Schwert machen kannst. Ah, super. Gib mir Riftblade. Gib mir einfach dein Riftblade. Ja, äh. Warum liegt mein Ding da jetzt da hinten? Ja, Riftblade. Hab ich nicht mehr. Das hab ich gerade weggeworfen. Hä, das hast du schon aufgenommen. Hä, ich hab mir gar nicht... Hä, ich bleib nicht. Okay. Reconning. Ja, hier liegt irgendwas. Na gut, dann beenden wir erstmal die Aufnahme und sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bäh. Bis zum nächsten Mal. 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 Outro